4. September 2023, 13. St. Galler Sportpreis. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, guten Abend, grüße miteinander. Ja, letztes Jahr haben wir Ihnen angekündigt, nach zwölf Jahren führen wir ein bisschen neue Sachen einführen. Und etwas von dem Neuen ist Karin Weigelt. Vielen Dank und ich freue mich mit Ihnen allen hier in den Pfalzkeller den heutigen Abend zu feiern. Sehr geehrte Gäste, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Heute ist wieder St. Galler Sportpreistag. Hallo miteinander, ich bin Stefanie Grob, ich fahre Ski und bin 19. Guten Tag miteinander, ich bin Daniels Grob, ich bin 16 Jahre alt und ich mache mehr Kampfe. Ich bin Isabelle Einspieler, ich bin 17 Jahre alt und ich spiele Gerling. St. Galler, Nachwuchspreis 2023. And the winner is, heisst er mir so schön, ist er in Hollywood, Stefanie Grob. Herzlichen Glückwunsch und grossen Applaus für Stefanie Grob. Ich habe leider gut bei uns, weil ich in Argentinien in der Trainingslage bin. Danke allen vielmals, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss. Du hast mich auf, so ich kann stehen auf den Mountain. Ich bin Marius Toscan und bin Schwimmer. Ich bin Tabea Schmid und ich spiele Handball. Ich bin Lorenz Azizigi, ich bin Torwart und ich spiele für Erzis Engal. Sehr geehrte Damen und Herren, der Sportpreis 2023 in der Kategorie Sportlerinnen, Sportler und das Team des Jahres geht an Lorenz Azizigi. Herzlichen Glückwunsch und grossen Applaus. Hi zusammen, hier ist Lorenz Azizigi. Es ist einfach ein grosser Erhelf für mich, dass ich Engal und Sportler des Jahres bin. Und jetzt, liebe Gäste, kommen wir zum Ehrenpreis 2023. Ich glaube, ich spreche für alle Sportlerinnen und Sportler, wenn ich sage, dass aus dir zwar kein Spitzensportler, dafür aber ein Spitzenarzt geworden ist. Vielen herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.